In diesem Video geht es um die besten drei Blutdruckmessgeräte. Der erste Platz geht an das High-End-Produkt. Integriert mit einem Chip und von über 2000 Testern getestet, erfasst dieses Blutdruckmessgerät den Blutdruck mit überlegener Genauigkeit. Das verstellbare Armband verfügt über eine automatische Armerkennungstechnologie, die Sie mit Indikatoren warnt, wenn es falsch verwendet wird, um genaue Ergebnisse bei jeder Messung zu gewährleisten. Der vollautomatische Blutdruckmonitor beginnt mit einem einfachen Knopfdruck sowohl den Blutdruck als auch die Herzfrequenz zu erfassen. Über ein großes umgekehrtes beleuchtetes Display zeigt dieser Blutdruckmonitor die Messwerte deutlich an. Wir schätzen Ihre Gesundheit und jedes Produkt, das wir Ihnen zusenden, hat strenge Qualitätskontrollverfahren durchlaufen. Seien Sie versichert bezüglich des Blutdruck- und Herzfrequenzmonitors und falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns, unser Support-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Jetzt direkt sparen, der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Das leicht lesbare 4, 8 Zoll-Display bietet eine perfekte digitale Anzeige. Der große Bildschirm und die Hintergrundbeleuchtung sind klar und auch nachts leicht zu lesen, was ihn besonders für ältere Menschen sehr bequem macht. Die automatische Erkennung von Arrhythmien warnt Sie vor eventuellen Herzrhythmusstörungen, und eine farbcodierte Skala hilft Ihnen bei der Klassifizierung der Blutdruckwerte. Das obere Blutdruckmessgerät für den Oberarm mit interner Speicherung für bis zu 200 Messungen für zwei Benutzer. Dies ist ein vollautomatisches Blutdruck- und Pulsmessgerät für den Oberarm. Professioneller Blutdruckmesser mit Manschette für Oberarmumfang von 22 cm bis 42 cm. Legen Sie einfach das tragbare Blutdruckmessgerät von Liorke an, heben Sie das Handgelenk auf Herzlevel und erhalten Sie in wenigen Sekunden eine genaue Messung. Der dritte Platz geht an das Sparprodukt. Der Blutdruckmonitor mit personalierten LED-Bildschirmen bietet eine außergewöhnliche visuelle Erfahrung, sodass die Messwerte klarer sind und Benutzer die Ergebnisse schneller anzeigen können. Die Arm-Blutdruckmessmaschine unterstützt zwei Benutzer mit eigenen Aufzeichnungen von bis zu 120 Messungen. Dies hilft Benutzern, ihre Gesundheit, den Blutdruck und die Herzfrequenz leicht gemessbestimmtem Datum und Uhrzeit zu überwachen. Ausgestattet mit dem neuesten Chip und einem wissenschaftlichen Messverfahren überwacht dieser Monitor präzise den Blutdruck und die Herzfrequenzmesswerte. Der Monitor schaltet sich ein, wenn er einen unregelmäßigen Herzschlag erkennt. Hergestellt aus hochwertigem Material, hat die Manschette eine Größe von 22 bis 40 cm und passt sich verschiedenen Durchmessern des Oberarms an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017